hallo zusammen hallo freunde jetzt erst mal das fertige bild vom letzten mal ich hoffe ihr könnt es gut erkennen es ist richtig cool geworden die metallik effekte kommen auch gut und man sieht zwar in blau sind die metallik effekte nicht so aber dafür in rot und das bild werde ich wahrscheinlich mit harz überziehen dass dieser effekt richtig rauskommt zeige ich euch vielleicht mal beim nächsten mal machen wir auch zusammen und dann lasst uns mal starten ich habe euch heute zwei bilder gemacht das heißt im prinzip wollte ich einen open cup machen habe mir dann überlegt wo mache ich das silikon beziehungsweise cell creator rein ich habe jetzt ein cell creator reingemacht und zwar habe ich in der basisfarbe in schwarz cell creator reingemacht und zwar einen großen becher da habe ich sechs tropfen reingemacht und kommt ganz gut also im open cup mache ich als erstes das einfach mal sieht wie so diese zellen sich bilden und den unterschied nachher habe ich es einfach drüber laufen lassen an gemischten becher damit ihr einfach den unterschied seht was ich faszinierend fand beim zweiten bild das natürlich in der mitte weil da kein silikon drin war so bleibt einigermaßen aber am rand dann das silikon angenommen hat bleibt dran wenn es euch interessiert schaut es euch an dann viel spaß also ein Amen. 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 Amen.